Aber das hat doch nichts mit Liebe zu tun. Ja. Und ich hätte nichts dagegen. Wie lange arbeitest du noch? Mal. Laut Teilhabevertrag erhöhen sich im Todesfall die Anteile von Herrn Eckel auf 40 Prozent und 60 Prozent bleiben bei mir. Sie haben einen guten Überblick. Wieso Überblick? Das glaube ich nicht. Bei mir war es ganz recht, dass er ging. Eigentlich nicht. Aber mir ging noch so viel durch den Kopf.